Unternehmerischer Mut und seine Leidenschaft für Schweine treiben Martin Wimmer aus dem niederbayerischen Essenbach an. Sein Anspruch? Hochwertige und gesunde Lebensmittel in Einklang mit Tier und Umwelt zu erzeugen. Der nächste Schritt? Statt 320 sollen künftig 880 Sauen auf dem Betrieb abferkeln und zwar in Freilaufbuchten. Ganz im Sinne des Tierwohls. Bei den Sauen legen wir besonders viel Wert auf Hygiene und auf das geschlossene System sowie auf einen geschlossenen Kreislauf, was die Futtermittel und auch die Gülle betrifft, dass wir das auf unseren eigenen Feldern verwerten können und dass wir nach außen ein gutes Bild abgeben, um ein positiver Botschafter für die moderne Landwirtschaft zu sein.